...Lieder mit zusammen, vor ihm zu schreiben. Das Ausgangspunkt war, wir haben eigentlich mein Liebenslied geschrieben, aber für ihn. Und das ist echt eine Freundschaftsgruppe, die er überlebt hat. Und ich freue mich sehr, der hat eine neue EP, die ist ihm so verkauft, beim Merchandise, wieder rauskauft das Ding, es lohnt sich, unterstützt Live Music, unterstützt Newcomer, neue Musiker halt, die brauchen alles halt. Und wir spielen jetzt eine Nummer von dieser EP, mein Liebenslied, die Song ist called Stay Stay. Und das ist auf Schulmärz, check it out. Und das ist auf Schulmärz. 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 Und du waltst und waltst und waltst und waltst. Oh 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 So I can't be the one that turns you to watch us wait